Ich möchte gerade noch mal was zeigen. Im heißen Zustand sitzt dieser Deckel immer noch fest, dieser wackelt immer noch, aber es ist nicht so, dass sie dann straff sitzen. So, und wie ist es mit den Henkeln? Die Griffe werden arg heiß bei diesem Topf. Den kann man problemlos ohne Topflappen nehmen. Auch hier meinen Lieblingstopf, deswegen nehme ich ihn auch oft. Und der Fissler, ja, er wird warm, aber man kann ihn auch ohne Topflappen nehmen und auch sehr, sehr gut tragen, auch wenn der Topf voll ist. So, Test also bestanden. Mit folgendem Ergebnis. An erster Stelle ist der Chibotopf, gefolgt von Fissler und dem No-Name. So, wir verliere leider meinen Lieblingstopf.